Mit dem Media-Server der FRITZ!Box kannst du Fotos, Videos und deine Musik für alle Abspielgeräte im Heimnetz bereitstellen, die den Standard UPnP AV unterstützen. Auch das Teilen ganzer Fotoalben, Dokumente oder Musik wird dank des Netzwerkspeichers deiner FRITZ!Box zum Kinderspiel. Und einmal eingerichtet wird sogar das FRITZ!Phone nahtlos in die Möglichkeiten des Media-Players integriert. Den FRITZ!Box Media-Server aktivierst du auf der Benutzeroberfläche deiner FRITZ!Box hier im Bereich Heimnetz. Die FRITZ!Box stellt daraufhin alle auf ihr gespeicherten oder die auf einen angeschlossenen USB-Datenträger abgelegten Mediendateien im Heimnetz zur Verfügung. Unter dem Punkt Speicher aktivierst du die Dateiablage der FRITZ!Box. Wechsle anschließend in den Bereich FRITZ!NAS und lege Dokumente Bilder oder auch ganze Filmdateien einfach per Drag-and-Drop auf deiner FRITZ!Box ab. Größere Mediensammlungen fügst du am besten über einen der in der FRITZ!Box angebotenen Dateidienste hinzu. Beachte dabei, dass via FDP oder SMB kopierte Dateien zunächst indexiert werden müssen. Details zu den Möglichkeiten des NAS deiner FRITZ!Box erfährst du in einem eigenen FRITZ!Clip zum Thema. Mit dem FRITZ!Phone hältst du übrigens ein Abspielgerät und eine Fernbedienung gleichzeitig in der Hand. Wähle im FRITZ!Phone-Menü den Punkt Heimnetz, Media Player und wähle Titel- und Wiedergabegeräte Bequem von hier aus!